Wir haben nun die Idee, eine kleine Lehrunterlage zum Elefanten Elli zu erstellen und setzen uns an den Rechner, um zu recherchieren, ob es schon etwas Brauchbares gibt. Und siehe da, wir finden brauchbare Texte, ein Bild, ein Video, das alles könnte eine gute Einleitung darstellen. Begeistert stellen wir fest, dass alle Objekte über eine CEC-Lizenz verfügen. Was kann uns denn Besseres passieren? Wir machen uns an die Arbeit, ergänzenden Text, geben das Bild dazu und wir betten noch ein Video ein. Dann fragen wir uns, welche Lizenz eigentlich unser neues Lernmaterial hat. Denn die ursprünglichen Objekte hatten unterschiedliche CEC-Lizenzen. Das Bild von Isabel steht unter CEC-0, also Public Domain. Der Text aus der Wikipedia steht unter CEC-BY-SA. Das Video ist frei zugänglich unter einer CEC-BY. Hm, die Lösung ist gar nicht so schwer, denn die einschränkendste Lizenz ist hier CEC-BY-SA. Das heißt, wir müssen diese Lizenz unbedingt weiterverwenden und natürlich alle Urheberinnen und Urheber der Ursprungsmaterialien nennen und auch unsere Änderungen angeben. Dieser Fall für die Kombination von Materialien mit CEC-Lizenzen ist allerdings relativ trivial. Die Praxis zeigt, dass wir selten so einen Idealzustand vorliegen haben. Erinnern wir uns zurück, Isabel hätte auch das Elefantenbild unter einer CEC-BY-NC zur Verfügung stellen können. Dann wäre diese Kombination nicht mehr möglich, da sich die Lizenz CEC-BY-NC für Non-Commercial und CEC-BY-SA für Share-Alike nicht miteinander kombinieren lassen. Die eine Lizenz verbietet die Kommerzialisierung, die andere erlaubt es zwar, will aber, dass wir unbedingt CEC-BY-SA als weitere Lizenz verwenden. Wenn nun Isabel bei ihrem Bild auch die Veränderung verboten hätte, zum Beispiel durch eine CEC-BY-ND für Non-Derivation-Lizenz, gilt Ähnliches, denn das CEC-BY-ND und das CEC-BY-SA ist nicht verträglich. Das erklärt auch, warum viele die Lizenzen CEC-BY oder auch gleich CEC-0 favorisieren. Denn die Erfahrung zeigt, dass Lehrmaterialien vor allem dann gut weiterverwendet werden können, wenn eine dieser beiden Lizenzen verwendet wird. Und wir wollen ja, dass unsere Materialien verwendet werden und zugänglich sind.